Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Schalterhalle, rechts Übergang zum Bahnsteig der Linie U2 Ausgang zur Dammtorstraße Schalterhalle, rechts Übergang zum Bahnsteig Schalterhalle, rechts Übergang zum Bahnsteig der Linie U2 Schalterhalle Schalterhalle, rechts Übergang zum Bahnsteig Ausgang zur Dammturmstraße Untertitelung des ZDF für funk, 2017